Musik Frohes neues Jahr 2021 und damit Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kurzen neuen Video. Hier bei der Phantom Arena. Ja, es ist soweit. 2021 ist da und wir können einfach das Jahr 2020 wegstreichen. Das hat es nie gegeben. Endlich ist dieses Schiedjahr vorbei. Gut, Corona ist jetzt immer noch da, genauso wie noch vor ein paar Stunden im alten Jahr. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir in diesem Jahr ein tolles Jahr zusammen erleben werden. Ich hoffe, dass die Freizeitparks durchhalten, dass die Schausteller durchhalten. Auch wenn es wirklich schwierige Zeiten waren im letzten Jahr und es jetzt auch noch schwierige Zeiten sind. Dass nicht wirklich so viele Schausteller ihre Geschäfte verkaufen müssen und trotzdem in diesem Jahr vielleicht wieder die ersten Volksfeste dann bespielen können. Dass Freizeitparks wieder aufmachen, dass wir Neuheiten genießen können. Dass wir mit unseren Freunden und Familien viel Zeit und viel Spaß in den Freizeitparks dieses Landes verbringen können. Und ich bin wirklich optimistisch, dass wir das halt können. Dass wir einen tollen Sommer haben werden. Man muss wirklich nur daran glauben, dann wird es auch wirklich wahr. Und ja, ich hoffe mit euch auf jeden Fall, dass es besser wird. Es kann nur besser werden. Und ich wünsche euch auch alles Gute per Privat, ja, im Beruf, mit der Familie, mit den Liebsten. Alles das, was ihr euch vorstellt, alles das, was ihr euch wünscht, was ihr vielleicht in Aussicht habt, ja, dass das alles in Erfüllung geht. Und dass es für euch ein erfolgreiches neues Jahr wird. Voller Optimismus, ja, nach vorne gucken und einfach sagen, das wird schon. Und es hat noch immer gut, Janne, ja. Und ja, das wollte ich euch an diesem Tag oder an diesen Stunden einfach nur mal kurz sagen. Hier geht es natürlich weiter. Auch mit Videos. Auch 2021 werde ich wieder unterwegs sein. Ich werde Neuheiten besuchen. Ich werde Neuheiten testen für euch. Dazu wird es hier Videos geben. Ich werde mich hoffentlich auch wieder mit meinen Freunden treffen können. Und auch zum Beispiel mit Moritz hoffentlich wieder auf Tour gehen können. Mit Sarah natürlich auch. An der Stelle auch noch mal liebe Grüße an Kimmels Filmopol und an Sarah. Ja, für die tolle Zeit, die wir im letzten Jahr zusammen verbracht haben auf Tour. Es war wieder mega, mega cool. Und ja, es war vielleicht nicht so viel, wie wir uns am Anfang vorgestellt haben. Klar, die Tour war lang, aber danach, Herbsttour gab es gemeinsam jetzt eigentlich nicht. Was es ja eigentlich sonst auch in den letzten Jahren immer gab. Aber auch Corona hat bei mir ein bisschen was bewirkt, ganz klar. Ich bin weniger rausgefahren. Habe dann auch gesagt, okay, kleine Parks lassen wir jetzt auch mal vielleicht lieber ein bisschen. Bin da auch ein bisschen zurückgerudert, ein bisschen. Aber ja, das ist halt irgendwie, das hat aber nichts damit zu tun, dass es hier nicht weitergeht. Denn ich brenne jetzt schon wieder für die Freizeitparks. Und ich möchte mit euch viel Spaß in den Parks halt haben. Und das wird es auch geben. Denn ich habe ja auch schon ein Neuheitenvideo gemacht zu zum Beispiel Highlights in Belgien. Denn dort werden ja im nächsten Jahr zwei neue krasse Achterbahnen eröffnen. Einmal ein Mega-Coaster von Intermin im Walibi Belgien und im Plopsterland der Spinning oder Extreme Spinning Coaster von Mack Rides im Plopsterland. Und da freue ich mich auch schon extrem drauf. Trotzdem, außerdem wird ja auch in der Energielandia ein neuer Themenbereich eröffnet mit weiteren neuen Achterbahnen und einer Bootsfahrt. Auch wieder ein Grund nach Polen zum Beispiel zu fahren und natürlich altbekannte Parks, Phantasialand. Hey, nochmal Fly fahren, auch super. Habe ich auch jetzt schon wieder Bock drauf. Europapark zu besuchen, ganz klar. Da wird ja auch Rulantica erweitert werden in diesem Jahr. Also da wird vieles kommen, auch hier auf dem Kanal. Deswegen freut euch auf das, was kommt. Habt jetzt aber auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Feiert noch im engsten Kreis ein bisschen das neue Jahr und hofft auf das, was halt kommen mag. Das Jahr 2020 war für mich persönlich auch ein Scheißjahr. Privat, viele wissen es. Ich habe es im Livestream schon mal angedeutet. Ist das Jahr 2020 damals relativ scheiße gestartet. Im engsten Familienkreis ist da was sehr krasses passiert. Ich möchte es nicht öffentlich machen. Versteht mich da. Aber da habe ich wirklich sehr zu knabbern gehabt. Und immer noch. Aber ich möchte jetzt auch damit irgendwie abschließen und auch gucken in die Zukunft. Und einfach nach vorne gucken. Und das machen wir gemeinsam hier auf dem Kanal bei Phantam Arena. Deswegen Abo dalassen, Like dalassen. Und wir sehen uns in einem neuen Video hier bei der Phantam Arena im Jahr 2021. Macht's gut und wir sehen uns. Ciao. Und wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020